Mario, komm mal schnell! Du musst dir was zeigen! Alter! Oh mein Gott! Liebesgeil, oder? Was soll ich für meinen 8-Opto-Fuß-Arm machen, ey? Jungs, was guckt ihr hier an, Alter? Was ist denn hier so los? Der Rap-Dance! Der Rap-Dance, Junge! Von Edison, also... Da hab ich doch ne Idee, Jungs! Wenn ihr das so geil findet, dann machen wir einfach ne Fußball-Challenge. Und wer wieder kriegt Edison? Ne, nicht ganz! Wer verliert, macht auch diesen Rap-Dance da auf TikTok! Wenn ihr das so nice sind, ne? Ich bin raus! Was? Lappen schießen, oder was? Lappen schießen! Ja, Lappen schießen! Super, Alter! Verlierer macht Rap-Dance! Ich bin noch fast der Lappen-King, deswegen kann man das bestimmt... Bist du dabei, Mario? Komm! Komm, ich bin dabei! Okay! Wenn ich die Latte trifft, mach den Rap-Dance auf seinem TikTok-Account! Und ihr könnt alle draufgehen und ihn auslachen! Wow! Ich seh schon den Loco! Der ist ganz wichtig! Ich seh schon wie der Loco so, Mann! Uh, puh! Oh, bei Mario wär das auch geil! Sein langen Beinchen da, hör mal! Weg, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ja, Mann! Für Cardi B! Mach! Oh, mein Gott! Da hat ihr noch ihr Arsch zwischengepasst, Junge! Weg von meinem Auto! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, das ist schlecht! Muss auch die Latte treffen, Alter! Mario! Ich seh dich schon auf TikTok, wie du den Rap-Dance machst! Ja! Man hat direkt gesehen, dass das nichts wird, oh! Aber Mario hat auch keinen Arsch in der Buchse, Junge! Will man ja gar nicht jungen Rap-Dance sehen! Das war doch klar, du! Der muss es jetzt sein, Leute! Der ist es jetzt! From the top! Ihr wisst Bescheid! Ich mach das nicht! Ey, Leute! Ich muss treffen! Ey, ich hab Angst, Mann! Nein! Mit dem Schuss kann ich die beiden direkt auf TikTok schicken und den Rap-Dance da sehen! Wuuuuh! Nur ein Schuss und alles vorbei! Ich dachte, der schießt er mir direkt niemals! Boah, was ist das, Mann! Das ist doch so schön krass! Jubel! Ah! Alles schlecht! Ich will echt lieber von Loco den Rap-Dance sehen! Mario, triff mal ruhig! Ich hätte es dir gegönnt, Mario! Komm, Mario! Bist du heiß? Bist du warm? Web! Ne, ne, ne! Der war nicht! Oh mein Gott! Nein! Nein! Mario, du weißt, dass die Zeit! Wer jetzt nicht trifft vor Mario, wir müssen die Rap-Dance machen! Hundertprozentig! Ich mach das nicht! Dann trifft! Ich mach was anderes, Freunde! Wie? Ich mach was anderes! Jenga, das ist der wichtigste Lattenfleffer, Mario! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist der wet-ass, Mario! Willst du so machen, geteiltes Leid ist halbes Leid? Oder sagst du alles oder nichts? Nur einer macht das? Alles oder nichts! Ja, okay! Kann sein, dass du es alleine machen musst, ne? Okay! Wir gehen in alles oder nichts! Einer von uns beide macht das! Ey, wenn ich das mache, wie seh ich denn aus, oder was? Oh, für den Mario jetzt! Hät man auch nicht gedacht, dass ich meine Latten-Change gewinne, ne? Ja! Oh mein Gott! Ey, ich seh schon, wie der jetzt trifft, Alter! Ey, der panikt, der Junge! Das ist eigentlich schon nie von dir gesehen! Nein! Niemals! Ja! Versteht! Jenga, Mario hat so Panik vor dem Dance! Das ist der Matchball jetzt! Ja, das ist der Matchball! Da ist der Matchball! Das ist der Matchball! Mario ist da! Where is Mario, Alter? Du hast den Nachschuss! Ich darf gar kein TikTok mehr! Ich krieg's am Schluss meiner Karriere! Wird auch keinen wichtigeren mehr geben! Oh mein Gott! Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Es geht weiter! Es geht einfach weiter, Digga! Oh mein Gott! Ich höre, ich glaube, der hat sich noch nie in seinem Leben so gefreut. Ich stimme schon mal ein auf den Webdance, ist okay. Ich habe es ja gesagt. Ich habe es ja gesagt. Ja, Mann! Ja! Meine Ideen. Natürlich verkack ich es, Leute. Bruder, und das soll ich jetzt machen. Worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Alles klar, Grüße an Edison Ray. Jetzt kommt mein Webdance. 1, 2, 1, go. Warte, warte, okay. 1, go. 2, 1, go. 2, go. 3, go. 3, go. 3, go. 3, go. 3, go. 3, go. 4, go. Also, Leute, das Endergebnis seht ihr auf meinem TikTok. Ey, SpideyLukasin. Kann sich sehen, das. Kann sich sehen, das. Ich weiß nicht. Ey, es war Wetter, Alter. Alle, die das jetzt auf TikTok sehen, die denken, der Junge ist durch, Alter. Folgt mir wenigstens auf TikTok. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, schreibt gerne noch andere Bestrafungen in die Kommentare, die wir jetzt zu dritt dann machen können. Könnte ein Format werden. Das ist das, äh, LML-Format. LML-Format. Die Gag. SLM. Salaam Aleikum. Äh, schreibt's in die Kommentare und ja, checkt meinen Webdance, Alter, ey. Für jeden. Ciao.